Stryker! Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge JossCourse 3 Ja, wir wollen jetzt hier nochmal eine Provence einnehmen Und... Hiep, Snake! Das ist eine Granate, du scheiß Ding Ein Lautsprecher weniger Aber hier müssen wir ziemlich viel erfüllen, das ist doch schon mal gar nicht schlecht Und ist nicht mehr hier Zack Was haben wir denn hier oben? Ui Das hätte ihr ins Auge gehen können Was soll ich denn da mal... Achso! Überwachung deaktivieren ... Schluss! Neubel So, wir müssen noch überwachen Irgendwo muss noch Monitor sein. Nein, das wird nix. Verstanden? Verstärkung ist unterwegs. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Er hatte keine Chance. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wieder herstellen. Muss man hier verstecken, ey. Das gibt's doch gar nicht. Aua! Raus da! Woops! So, der Käpt'n ist auch tot. Fangen wir erstmal hier sportlich an. Lautsprecher zerstört. Bitte komm! Hier Zentrale! Was ist da draußen los? Bitte komm! Bam! Sattel-Dietenschüssel ist auch hinüber. Den Helikopter, den mag ich. Der gefällt mir. Da ist auch die Scheiß-Statue, die sehe ich jetzt gerade erst. Adios, Arschloch! Hehehe. So, wo sind die Tanks jetzt da von diesem Ding? Kein Problem. Feinkontakt! Alle Einheiten hierher! Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Boden-Team! Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ja, wo sind denn jetzt hier die Flüssigtanks? Flüssigtanks. Ach ja. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Ja, dann schickt mal. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Ich schweb hier die ganze Zeit über der Stadt und die finden mich nicht, ey. Da kommt er. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Ja, die Statue habe ich zerstört, aber ich finde diese blöden Flüssigkeitsdinger nicht. Das war mein Da unten. Stromausfall. so, da drüben haben wir Tanks aber ich glaube nicht, dass die gemeint sind aber, ne äh, irgendwie schmiert mir glaube ich gleich wieder das Spiel ab das kann es doch nicht sein, langsam ach, da unten sind sie wer suchet, der findet so, jetzt muss ich immer noch mich um die Dinger kümmern ich lande einfach mal unten was das ist doch verstanden, wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position ja, jetzt findet ihr mich bestimmt nicht ja, wird keine Verstärkung angefordert so, jetzt muss ich nur noch irgendwo landen das tue ich glaube ich mal da unten das seien da unten sind auch irgendwelche Spacken so hallo, ich würde ganz gerne mal nachladen so jetzt müssen wir nur noch diese scheiß Monitore da irgendwie in der Zeit schaffen hmmm Ein paar Sekunden haben wir ja noch. Ja, aber so wird das bestimmt nichts, wenn der sich da weigert darauf zu springen. Ja, mit Ovielnetz. Und los geht's. Wir sind schon unterwegs für euch. Toll. Echt geil. Ja, solange die mich suchen, geht's ja noch. So, aber gleich ist die Zeit abgelaufen, dann bin ich... würde ich nicht mehr gesucht, dann kann ich das ganze Ding nochmal von vorne starten. Entkommen. Alle Einheiten zurück auf ihre Posten. Der Rebell ist entkommen. Ja. 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 Ja, diesmal läuft das glaube ich besser. So, das müsste der letzte sein. Jo. Gut. Dann können wir uns jetzt endlich um die Polizeistation kümmern. Ich glaube dafür hole ich mir den Helikopter wieder. Müsste da unten glaube ich irgendwo sein. Genau. Zack. Und in den Helikopter rein. 5 Fertiflade. 2 Müsste eben. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten Boden, Team. Und landen. Okay. Gehen wir. Aua, aua, aua. Ah, ich habe keine Granaten mehr. Ah ja, die Zellen muss ich auch noch befreien. So, die noch befreien. Hälte sind Waffen. Muten allen Raketenwerfer. Sichtkontakt verloren. Allemann ausschwärmen. Schön am Zaun hängen geblieben. Wollen wir uns mal die Flagge organisieren. Zack. An alle Einheiten. Zielperson ist entkommen. Ach, echt? Ach, echt? Gut. Die nächste Stadt befreit. Tunneltour. 4 von 6 Ansiedlungen befreit. Habe ich noch Glück und mein Helikopter ist noch da, oder? Ja, nicht... Oh Gott. Wo kam plötzlich das Kabel her? Haha. Die Rebellion hat das bezaubernde Küstenstädtchen Colasalrosa befreit, Freunde. Schluss mit Lautsprechern, Propaganda-Vans und scheußlichen Statuen. Wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Ja, wir laufen auch runter. Vielleicht steht der Helikopter da noch, aber ich glaube es beinahe fast nicht. Oh, der brennt schon. Na super. Ne, da können wir nichts mehr reißen. Okay. Dann mache ich hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.